Mein Name ist Daniela Eibisberger. Ich bin 2012 im RI Magnesitewerk Veitstätig. Ich bin für die Qualität und Prozesse der kohlenstoffgebundenen Steine zuständig, seit circa zwei bis drei Jahren, zweieinhalb Jahren. Im täglichen Arbeitsleben in dem Sinn, dass ich viel schneller Mitarbeiter zum Beispiel im Verzeichnis nachsuchen kann, überall, also weltweit, die Informationen beziehungsweise das Netzwerk dadurch viel einfacher zugänglich ist. Wenn ich zum Beispiel verschiedene Versuche in der Produktion gemacht habe, dass ich das dann auch in der App posten kann.